Halleschön, hallo, ha! Er wollte die Berüstung machen, aber ich hab ihn nicht gelassen. Ja, weil er katscht nämlich auf seinem scheiß Kaugummi rum und das hört man. So. Hört man das richtig heftig? Richtig heftig. Kritisch hört man das. So, ähm, wir machen heute eine Farm-Folge, also wer das nicht aussteht... Oh, ich hab's schon getrunken. Äh, ich hab's schon getrunken. Wer das nicht, äh, leiden kann, der soll sich verpissen. Hast du etwas gesagt? Ich hab voll reingeredet. Tut mir leid. So. Hat niemand gehört. Jetzt hab ich's auch genommen. Jetzt kann ich schnurstracks runterfallen. Nee, Quatsch. Ja, er hätte... Was? 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 Das geht, als kickt mich rüber und ich sterbe. Was? Alter, und 3200 Spalschaden. Krass. Okay, also. Ähm, ich könnte ganz viele Fackeln mal an der Seite setzen. So, hier. Äh, war links noch ein bisschen, äh, höllengestein, höllengestein oder... Über alles höllengestein in der scheiß Lava. So. Hier und nach man sich sieht, ja, das brauchen wir auch. Ähm, was schon so ein Höllenofen? Alter. Ja, ich hab ne Space Gun übrigens, Leute. Leute, ne Space Gun. Ich bin gleich tot. Ich hab das Space Gun. Guck dir dich an, boah. Hammer. Schüsse. Ja, hier ist leider kein Stadter da. Da kann man es ausnutzen. Sag, bist du... Du schießt mich die ganze Zeit runter. Ich schießt dich. Ja. Du schießt mich die ganze Zeit runter. Okay, also ich trinke jetzt mein Obsidian Skin. Oh, hab ich schon. Oh, ich bin so ein Mangalettner. Ja, ist deiner, glaube ich. Oder wie viel Leben hast du... Ne, ist meiner. Ja, ist deiner, hab ich doch gesagt. Toll, jetzt hab ich den nutzt und jetzt... Oh, ich bin so ein Mango. Mango. Hier bei der Mia, ich seh dich gar nicht. Wir machen zuerst einen Hammer und dann die Spitzhacke, damit wir das Zeug hier schneller abbauen können. Und dann, äh, da haben wir nämlich die beste Spitzhacke der ersten Welthälfte. Ähm, genau. Und dann nur noch Rüstung für dich. Zwei sonst was gestalten, Bon hier. Hast du mir die Herzkarte schon gegeben? Äh, ne, der ist da hinten. Oh, ich ertrinke! Alter, man kann ja sogar ertrinken in der Lava. Ich weiß. Tot. Oh, du, was? Ich war quasi schon an der Oberhälfte. Gut. Das war's mit meinen Tränken. Hast du noch so'n Dings? So'n Fire Bloss? Ja, ich hab noch eins. Äh, zwei hab ich noch. Gut, dann muss ich jetzt runterkommen und dir erstmal farmen. Alter, warte mal kurz. Ach. Wie unprofessionell. Was? Ich hab mich kurz gemütet. Wieso das denn? Waffe, weil die kein Mana verbraucht. Und die geht durch Gegner durch. Das ist super gut. Ähm, ja, mein Herzcontainer brauch ich und dein Fire Blossom-Ding. Ja, ich weiß nicht. Sollten eine ganz lange Asche-Bahn hier machen, auf der wir die dann immer farmen. Ich glaub, ich baue mal so'n bisschen Asche ab. Du Scheiß-Fleer-Maus erlebt mich, ich hab' hier fast druntergekickt. Nein! Oh! Flau, es ist eine Fickmaus, es ist keine Fledermaus, es ist eine Fickmaus. So, das ist es. Boah, ne. Okay, ich habe den Trank optimal ausgenutzt, im Gegensatz zu dem. Ich habe drei Tränke nicht optimal ausgenutzt. So, willst du noch einen haben? Es reicht mir, wenn du mir so ein Fire Blossom Gips oder zehn Stück. Ich mache da mal so eine Fire Blossom-Range, wo wir die dann farben können. Eine Ranch. Wir sehen immer perfekt am Übergang zur Hölle, wo wir abbremsen müssen beim Fallen, ne? Das ist voll praktisch. Ja, du bist. Ja, ist es. Oh, Boss. Wo bist du da? Ich mache hier mal unsere Asche-Bahn. Wie sehen wir hier nicht beim 100 Meter Lauf? Doch, sind wir. Kreischen wir ein Mädchen, dann verfissen sich alle Gegner. Hab ich hier letztens gelernt, in der Schule. Ja, klasse. Karl, das ist so, was lernt ihr in der Schule? Echt? Eure Schule muss ja eine Scheiß-Schule sein. Ich weiß. Toll, ich brenne. Ich brenne. Sissi. Franz. Sissi. Franz. Batsch. Was, Batsch? Batsch, na, da fällt die da überstehen. Wer? Sissi von Boni her, hab ich nicht gesehen. Sissi, Franz, Sissi, Franz. Hab ich nicht gesehen. Es reicht, den Trailer angeguckt zu haben, der in ein Kino. Oh nein, oh nein, oh nein. Den nicht gesehen. Alter, die Voodoo-Puppe wäre fast in die Lava gefallen. Und, oh, sauknapp. Ähm, schieb mal deinen Scheiß her. Einen hab ich noch, den will ich für mich bei. Einen hab ich noch. Kennst du? Einen hab ich noch. Von Otto? Ja. Echt? Und kennst du das? Soll ich den Knaller zünden. Den Knaller. Brrrrm. Nein, das war das. Das war noch Zeit. Ja, das war cool. Die verbackten Arme. Es musste vor allem, ja, das musste vor allem, bei jedem, äh. Ja, bei jedem fast, ne? Soll ich den Knaller zünden. Oh, guck mal, da ist eins reif. Nein, das ist der hier. Okay, soll ich dir das Zeug jetzt geben, hier, den, äh, Trank, weil meiner geht noch zwei Minuten. Achso, ja, wenn du möchtest. Ja, da musst du fahren, wirklich hier. Da. Okay. Kopfschwung in die Lava. Ich hab' ich grad doppelt gehört. Scheiße. Ihr werdet alle im Sternen. Achtung, denk dran, du, äh, ertrinkst. Ja. Ich hätte meinen Luftschnapper-Rom mitnehmen sollen. Ähm. Jetzt, wo ich weiß, dass man auf mein, auf die Atmung aufpassen muss, ist das okay. Überatmung. Ich hab' ein Problem mit der Atmung, musst du wissen. Ja, ich weiß. Ich hab' sogar den Rack-Ring an. Den Rack-Ring. So, na, dann bauen wir mal ab, ne? Fällt das runter? Ne, es fällt nicht runter, diese Asche. Jetzt ist es Asche. Jetzt heißt es Ash-Block. Ash. Ash-Block. Ah, Luft. Du, hab' mir ein Luftloch hingegraben. Super. 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 Brrrr. Supreme Commander. Hätten wir fast gespielt. Aber auch nur fast. Da sind wir wieder bei der LAN-Party-Story. Hatten wir übrigens noch nicht geantwortet auf meine Frage, wann ich mein Skyrim zurückbekommen, weil der Typ hat nicht mein Skyrim. Der Anton, oder? Anton hieß er, ja. Oder wie hat man ihn auch noch genannt? Anton, ja. Martin, stimmt, Martin. Das ist ein Holzwurm. Alter. Äh, ein Knochenwurm. Ein Holzwurm. Da ist ja der Holzwurm drin. Hi, hi, hi. Verstehst du, das war's? Nee. Man muss immer, wenn man Ironie sagt, in so einer Stimme reden, weißt du, weil sonst hört man das gar nicht raus, weil das machen alle großen Let's Player, die reden, wenn sie Ironie, äh, ironisch reden möchten, reden sie immer in so einer Stimme, damit der dumme, zwölfjährige Zuschauer auch hört, dass das, äh, Ironie ist, ne? Stimmt. Ja, das machen wir jetzt nicht so langs. Als würde ein deutscher-durchschnitts-Aria-Ironie nicht verstehen. Oh Gott, du bist so schlimm, eine, ein deutscher-durchschnitts-Aria. Ah, ich hab' penetriert. Oh Gott, nee. Oh, wie der Boudou-Puppe-Action. Penetration, Penetration. Ich bin Arbeiter mit Penetrationshintergrund. So, ich hab' jetzt 20 von diesen, äh, Hellstone-Barren und es bringt nichts. Du brauchst Obsidian, wie schon zehnmal gesagt. Ja, auch, oder? Oder Obsidian-Barren. Nein, Obsidian, stimmt normal. Genau, aber ich kann auch aus zehn noch nichts machen. Aber ich hab' mir auch schon mal gelöst. Spieglein, Spieglein an der Wand, sagt dem Benni, er soll den Spiegel benutzen. Nein, da muss ich wieder alles runter. Ah, wir haben jetzt übrigens ein Bett. Hab' ich, haben wir das gezeigt? Hier ist ein Bett. Das bauen wir jetzt immer. Ich glaub' ich probier' das direkt mal aus. Weil ich hab' jetzt eh kein Dingsens mehr, kein Trank. Und da, kommt er! Hast du den Spawn-Point gesetzt? Nein. Warum? Wie macht man das denn? Der Rechtsklick hab' ich davor gesagt, Mann! Einfach nur Rechtsklick? Hey, man kann denn nicht Rechtsklick irgendwo in die Landschaft und dann... Auf das Bild! Ah, jetzt, ja. Scheiße! Oh nein! Hast du überhaupt zu viel Mana? Nee. Nee. Warte, wir machen das Ganze gleich nochmal. Ich werde das gut machen. Nein! Die Endlosschleife! Und täglich größtes Momentum. Stimmt. Hast du Film gesehen? Nein, aber ich hab' den Titel gehört. Schon mal. Wom geht in den Film? Ich glaub', also ich weiß nicht, hab' den Film nicht gesehen. Also, falls ich jetzt irgendwelche Zuschauer auf meine Meinung verlassen wollen. Tut's nicht! Oh, fuck. Äh, das sind wie so, dass man... ...ein Typ... ...erlebt quasi immer den gleichen Tag, weil so der geschlafen... Ah, ja, stimmt. Ja, stimmt. Irgendwie schlafen und hat den gleichen Tag nochmal... ...den gleichen nochmal... ...nochmal... ...nochmal... So, ich noch mal Tränke machen. Mach mal ein paar Tränke. Wo haben wir Waterleaf? Soll ich den... ...drang machen... ...mach den Prank. Okay. Ich find' das jetzt echt nie okay. Ne, ne, war überhaupt nicht. Gib mir Wasserflaschen. Ja, hier. Warte, ah, ich hab' dir noch einen Herzcontainer. Warum hab' ich kein Waterleaf genommen? Ich bin... ...oder, ich hab' äh... ...waterleaf. Ich hab' das Stück so... ...das ist ein Stück erlangen. Hä? 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 Ich google nochmal... ...wiki! Äh... ...opsidian... ...haut... ...trank... ...kannach... ...obzidienst Kind Portion hätte ich auch eigentlich... ...oder? Oh, va! Das war das Spiel. Das war das Spiel. Äh, ich gebe einfach wieder Lava ein. Lava... ...wacht... 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 ...sagt auch jeder, oder? Wenn jemand Lava sagt, dann muss man auch Mr. Lava Lava sagen. Echt? Okay, ab jetzt ja. Okay, ab jetzt ja. Okay, jetzt... ...nimm den Spiegel aus der Hand. Ah! Öffne! Dich! Mein Internet ist langsam. Äh, blablabla... ...obsidian Haut. Obsidian Haut, hab' ich doch gesagt, oder? Hab' ich nicht geschrieben? Ach, muss man Bindestrich schreiben. Äh, wo soll ich mal die Schlüssel reinlegen? Ich will die nicht mal mitmachen. Obsidian. Du bist dummer, Mono. Da gibt es Obsidian. Homo. Ich hab' kein Obsidian. Homo erectus. Ich hab' kein Obsidian. 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 Ich hab' alles verkauft. Wir gehen, ob sie anfangen. In den letzten zwei Minuten des Parts. Oh, fällt mir hier langsam wie so fällt. K Oh ja, ehrlich, was ist? noch nicht wartet sagt er und es wird so viel ob sie gern vor Ort und ein Achtung das Geld Achtung irgendwas anderes er ist es nur okay er ist ein Grünbereich verdammt ich muss hier die ganze Zeit schlimme Menschen sind unterwegs hast du auch skype bekommen ach so ja klar ne hab ich nicht bestimmt bin ich auch beschäftigt Prozent und das sind ich nach an mannig ihr aufbauen kann ich nachzudenken einfach das ist so wichtig Sprengarbeiten n jetzt darfst du fragen soll ich den Knaller zünden sind die Knaller alle klar was muss dann sein nichts mehr eigentlich steht seine Kälte zünden müssen aber etwas sehr verkackt ich hab den Knaller gezogenes Kontinenten nicht an er hat trotzdem mit sich sagen dürfen so ganz viele fackeln schon mal vom wasser ja ja da kommt was das ist ein ganz schön langen Weg zurücklegen das Wasser da es wird den ganzen Gang fluten ich freu mich ich baue hier schon mal mehr Platz fürs Wasser und auch für uns die ganze Fackeln wer wird das denn immer oh ja da kommt der Knaller kommt fuck oh ja obsidian komm mit runter abbauen schnell so viele obsidian obsidian bis zum Lebensende glaube ich lässt sich das so schön schnell abbauen ich meine Patentierten ob sie gern ab wann komme ich jetzt mit dem Wasser runter das ist auch nicht nicht so also nein doch nicht doch nicht dann doch da ist wieder Wasser die Hände wer es fließt und leute schießt an Dienstwitz schießt es gibt es hier das gelastet die Zerbischen die zusammen aber muss immer hier zwei abbauern oder immer nach links durchhalten okay also zu die wir jetzt also zwei jetzt aber allerdings weiter und gedrückt hat alles meinten Ja, irgendwann bist du halt zu langsam. Oh, perfekt. Oh, ich muss atmen. Ja, das ist viel Obsidian. Ich hab jetzt schon 99 quasi. Also, jetzt hab ich 99. Also, jetzt. Was soll das? Das geht gar nicht. Fehler in der Matrix. In der deutschen Matrix. Oh, Mann. Perfekt. Das Wasserreicht, glaube ich, gerade so aus. Es ist perfekt, wenn wir kein Wasser hier mehr haben. Und keine Lava. Zur Not trinken wir das halt aus, ne? Äh. Ist ja zum Glück noch nicht durch 1000 gesteint. Dinger geflossen. Und hat einen Haufen Fackeln mitgenommen. Aber naja. Oh, ich sterbe fast. Oh. Ach, war sicher schon immer erzählen, weil ich sterbe übrigens fast. Aber da unten ist ja noch ein bisschen was. Da können wir uns ja schnell hinbauen. Dann haben wir vielleicht wirklich nichts mehr übrig. Alles muss bei den jungen Leuten immer schnell gehen. So, ähm, wir machen den Rest noch offscreen, glaube ich, weil ich habe jetzt schon 18 Minuten. Sag tschüss zu den Leuten. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Oh Gott, ich stehe auch. Ich muss schon noch was sagen, ne? Weil ich sage, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja. Tschüss. Sag jetzt mal was Lustiges. Tschüss. PENIS. 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 PENIS.